Ja. Das Deko 3 Ich hab einfach mein ganzes AIM verloren in den letzten Tagen. Du hast das AIM? Ja. Ich mein, manchmal ist schon klar, dass mein AIM mit dem Glück immer mal durchbrennt und sich alleine auf einer einsamen Insel verschanzen. Ist in Ordnung. Sag ich ja auch nichts gegen. Aber wenn ich die brauch, dann können die voll wieder Geld zurückkommen. Trotzdem, du hast das mal AIM? Junge, ich hab mehr getroffen als Lünder im ganzen Leben. In real life und in game. Was würdest du mir sagen können? Dass ich in mehr Weiber reingeschossen hab, weil er ja keine abkriegt. Kevin, wenn du es einmal in deinem Leben ein Mädchen gefickt hast, hast du schon mehr als er erreicht. Ja sag ich ja. Ich muss keine Gruppe machen. Doch. Für Frank ja anscheinend schon, weil jetzt ist er ruhig. Ja, er weint. Hast du es gemacht? Kein. Das war ein guter Mensch. Er stellt sich gerade vor. Er stellt sich gerade vor, wie ich eine andere Bumse. Weil er kann sichs nicht. Er kann sichs nicht vorstellen. Weil er ja keine Ahnung hat. Was war das? Es kommt raus. Was ist denn du? Mitha! 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 Nein! Mitha! Lass mein Ladekabel in Ruhe, ok? Geh ich spiel mit... Sachen. Woanders. Wir spielen im Sandkasten mit deiner Schwester. Hallo Stepbro! Die Schwester ist hier bei Alin. Hallo Stepbro! What are you doing? Guten Tag hier! Ahhhh! Oh mein Gott! What the f**k! Aliens! Die Aliens! Die Aliens! Die Aliens! Die Aliens! Oh nein! Nicht schon wieder! Digga! Au! Au! Ist doch mal gut! Ich hab doch gespawmpickt. Sehr schön. Doch? Wie kannst du doch gespawmpicken? Ich hab doch gespawmpickt. Das hab ich gesagt. Warum spürst du auch raus den Fenster raus, Kevin? Die hat's gerade platziert, ne? Oh, Scheiße. Ich hab jetzt den Klo. Geh doch einfach! Die Gegner könnte ja ja nicht. Dieses Geräusch! Ja, mach mir fucking Arsch, Alter. Ach, gar nicht. Ich hab mal da. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und pick nicht. Ich werd es so sauber machen, wie es noch nie war, außer bei der... Alter, Digga, ich komm gleich rüber und schlepp dir bei... Alter, einen drauf und deinen Arsch rüber. Sei die Scheiße. Gehen zu Spuss? Also wenn du immer noch in der Vergangenheit rumlungerst, dann... Wir haben Knoppers. Wir haben Knoppers. Wir haben Knoppers. Und Kinderregeln bei uns im Team. Oh, ja. Knoppers und Kinderregeln sind das beste Scheiße an der Tür. Biss in oben. Ich mag Burino. Was habt ihr für Probleme? Maul. Maul, Alter. Nein, nicht du. Ich hab die anderen... Oh, was hast du gesagt? Nein, ich will nicht! Komm her! Kich, 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 Kich. Ich hab einen schwarzen Mausch. Space Taxi, to the sky Ich komm gleich wieder nachschau'n an Alter, Kevin, jetzt mach ich jetzt hier nicht nur so weitermach's, ne? Nimm ich mein fucking Schwanker, komm und komm und komm Dann bin ich fertig, dann steck ich mein Finger rein und budel es herun und dann lascht jeder das Schmuck in die Scheibe Alter, die Scheibe Jawohl, jawohl Ist das gestorben, Alter? Du hast mir so böse angeschaut, ich hab Angst Bist du jetzt in der Kamera, oder was? Also du, die Kamera kaputt, geschaut, snap Schon wieder F*** dich, Kevin Also bei euch leuchten die Tima F*** ich bin da schon tot Eben nicht Doch, eben schon Was für Lappen, du bist als erstes gestorben Du bist als erstes gestorben, aber nicht für den Gegner Doch, in dem Fall war ich dein Gegner Du bist als erstes gestorben Du bist als erstes gestorben Du bist als erstes gestorben Ich hab 110 Minuspunkte Ich hör' mein Headset wieder an und ich hör' nur Du hast Interest, wer hat hier Interest? Das klingt mir so'n F***'n Super Mario Alter, Alter Ich glaub' ich bin aber blond mit roten Schrägen Nee, Digga Ich hab' geholfen Du bist als erstes gestorben Nein Ich kann so'n Ich hab' geholfen Bis dann Mein Schrofft, das ist die Abloch Oh nein Mein Schrofft, du bist cool Das ist wirklich cool ist nie Ach du sch*** Au Ich hab' geholfen 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 Wieso braucht der Hacker denn so lange? Oh man. Wieso ein Spiel nix? Ah na dann habe ich kein Kill geklaut. Ja Leute. Oh man. Versteht? Ach nee Alter. Jetzt ist er schon wieder im Gegenteil. Wer? Hawkins. Können wir ihn gleich nochmal anwerken. Na ich gehe raus. Er klaut mir jeden Kill diese Müssl. Dann such du mal. Ja du bist so sehr süß. Hat irgendwie heute erzählt. Aber keiner folgt den anderen. Ja das hast du gesagt. Niemand folgt den anderen. Aber bis bei Events und der letzte runter. Dann kannst du mit Mods zocken. Amonagui. 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 Was ist das für eine Sprache? Bayerisch? Was ist das für eine Sprache? Bayerisch? Was ist das für eine Sprache? Was für Bayerisch? Na was ist was bedeutet das die ganze Zeit? Du sagst das die ganze Zeit. Die alle sagen das die ganze Zeit. Was ist das? Das ist türkisch. Warum so viel? Warum türk? Könnt ihr nicht nur meine Sprache bringen? Katze lass deinen fucking Schwanz in Ruhe. Was hast du jetzt gegen Schwanz? Gegen Schwanz? Was hast du gegen Schwanz? Was hast du gegen Jadak? Ich dachte ja auch so assisch wach zu reden. Das ist ja viel Kotzen alter. Entschuldigung. Ich krieg immer dieses Bedürfnis wenn Daniel da ist. Ich krieg einfach zu gut. Ich hab Terraria schon die tollste kleinen Witze. So. Nicht Terraria kaufen. Ich bin ganz nach unten. Nicht ganz unten. Da steht neue Events und Blablabla. Neue Events und Ankündigungen. Neue Events und Ankündigungen. Wir funktionieren das Spiel. Und da steht T-Modler. Und dann muss ich jetzt drauf holen. Wo willst du drauf? Wo willst du auf diesen Zahnrad da? Wo T-Modler steht? Wolfi. Wolfi weißt du was ich gemacht hab? Nope. Ich hab ne Valkyrie Cam gewollt bangt. Cool. Ein Schnauze. Ja. Wie Blackbird da stand so. Agh. Agh. Ich bin jetzt Pum. Du Pum. Hehehe. Und da ist ne Fliesse. Ach guck mal da ist mein Blut. Ich habe kurz auf das Handy geschaut, aber ich habe seine Pistole gesehen und dachte mir so, oh Junge, hat ihn schon mal gewonnen gehabt, ne? WTF, ein Soap! Ich habe zwei Fallen hingelegt und zwei fucking reingelaufen. Geil. Wow. Das war geil, Alter. Nee, ich habe absolut nichts dagegen. Scheiße, Alter. Wie sagt, wenn jemand kommt? Also oben... Kannst du oben nochmal pingen irgendwo? Nee, oben sehe ich ja nicht. Geht zu B, geht zu B. Er kommt treppen, er kommt treppen, er kommt treppen. Ja. Wohooo! 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 Der ist da in der Ecke. Wunder der Treppe, Mann. Digga, was ist los mit dem Zigeuner? Wohooo! Der ist da. Der war unter der Treppe. Kann ich nur sagen. Das wäre auch krank gewesen. Guck mal. BOMM MANN! MASCHINE! Digga. Alle hinzufügen. Alle erwerben. Oh nee, irgendeiner auch nicht spricht. Ahmet! Er hat gerade aus Versehen auf die Taste gedrückt als die Atombombe hochgegangen ist. Ey, Ahmet. Yes? What's up, Bro? Hello, Bro. Don't worry. Eh, nice, thank you. Thank you? I'm good. Nice. Nice to meet you. He is at the ocean, okay? Okay. Okay. Ich meine dich, du vollige... Okay, man. I can't speak English. Very good. Okay, man. Very good. Because I am Arab from Iraq. Oh, very nice. Oh, very nice. Thanks. Ich weiß nicht, warum die meisten Heads sind einfach Wasser verhindern konnten. Oder diesen Jet, Alter. Einfach Flughafen. Das ist meins. Hört sich sagen, als würde ich gerade genau neben dir sitzen. Ja. Und dann kommt sein Wasserfall, Alter. Oh, der zockt gerade im Flugzeug. Keine Ahnung. Digga, was ein Typ, Mann. Oh, okay. Ich weiß, warum aber das wollten wir alle sehen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jeet! Woooh! Jeet! Ah eh, Kamba. Oh, alles klar, er hat noch 10 AP, Alter. Dankeschön. Er ist toll. Jee. Oha. Oh, ja. Genau, ich lass einfach mal A mit vor. Okay, dann soll ich siezen, dass da jemand ist. Sind nicht ganz Knock, Alter. Mach einfach Selbstmord. Sehst du, wie die Hektik... Er hat mich noch beruht. Eis auf. Er wusste einfach, wo ich war. Ja. Er ist einfach... What the fuck? He was war. Caught. Er hat Hektik. Okay, surest du.